Ja, unser Publisher ist ein textfeldbasierendes Programm, das heißt, wenn wir hier Text eingeben, dann sehen wir hier, alles ist hier entsprechend mit Rahmen aufgebaut und in diesen Rahmen soll ja entsprechend ein Text rein. So, entweder hast du schon entsprechend Text vorbereitet oder du machst selber ein Textfeld auf, schreibst du entsprechend rein. Wir machen jetzt mal das Beispiel, der Text ist schon fertig. Ich markiere den mal, sage STRG C und im anderen Textfeld STRG V und der Text ist hier in dem Dokument drin. Hier ist der Entwurfsbereich. Das, was hier auf der Seite dargestellt ist, das wird natürlich nicht mit ausgedruckt. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passieren kann, wenn ich ein kleines Textfeld habe und habe aber mehr Text. Man sieht hier schon, das Textfeld ist etwas größer. Ich kopiere das Ganze mal und füge das Ganze hier ein und dann sieht man schon, hier sind jetzt an diesen Ziehpunkten, die sind jetzt rot dargestellt und ich habe jetzt hier auch noch ein entsprechendes Symbol. Und das zeigt dir immer an, dass der Text, der hier drin ist, zu groß ist oder zu viel ist für die Größe des Textfelds. So, jetzt kann man folgendes machen. Man zieht es einfach etwas größer und schon ist der Text wieder dargestellt, komplett und die roten Ziehpunkte sind auch weg. Jetzt könnte es aber auch sein, dass man dann doch sehr viel mehr Text hat, wo ein Runterziehen oder ein Vergrößern, Verkleinern, Verschieben des Textfelds nicht mehr ausreicht. Ich kopiere mal diesen Text jetzt, klicke hier rein, STRG V. Ich habe jetzt hier wieder die Darstellung mit den roten Ziehpunkten und ich kann jetzt folgendes machen. Ich habe jetzt hier einen Punkt oder einen Rechteck mit drei Punkten. Wenn ich da drauf klicke, dann wird mein Cursor zu so einer Gießkanne und wenn ich in ein nächstes Textfeld reinklicke, dann wird praktisch der Text bis hier dargestellt und der weitere Text im nächsten. Ich kann sogar hergehen, ich kann hier sogar noch was dazu schreiben und schreibe dann hier entsprechend weiter. Das heißt, die zwei Textfelder sind hier miteinander verknüpft und das sehe ich auch daran, indem ich hier einen Pfeil habe. Wenn ich hier drauf klicke, bin ich in dem Textfeld. Wenn ich hier wieder drauf klicke, bin ich im vorhergehenden. Okay.